Hi und willkommen bei Work in Progress. Dieses Mal geht es hauptsächlich um Stiftplotter. Kurz vorweg, letztes Mal habe ich euch gezeigt, was ich mit der CNC-Fräse gemacht habe, nämlich ein Tablett für mein Geschirr. Und das ist jetzt fertig, das können wir uns auch mal schnell angucken. Ich finde es ist sehr hübsch geworden. Die schwarze Oberfläche hat momentan den Effekt, dadurch, dass ich alles mit Leinöl eingelassen habe, dass sie noch ein bisschen klebrig ist und deswegen extra Staub anzieht und auf Schwarz zieht. Man staubt eh immer schon gut. Ich denke, das gibt sich mit der Zeit ein wenig. Ich habe alles nochmal mit ganz feinem Schleifpapier nachbearbeitet, auch die Rillen aus der CNC-Fräse und genau dann irgendwie zwei oder drei sogar mal mit Leinöl eingelassen. Und es ist sehr hübsch geworden. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Dann zum großen Thema. Momentan bin ich eigentlich nur dabei, an meinem Stiftplotter zu basteln. Ich habe hier praktisch die aktuelle Version vor mir stehen. Dann habt ihr auch mal so ein bisschen einen Größenvergleich. Der soll ja in etwa A6 schaffen. Die, was ist das dann in dem Fall, die X-Achse ist relativ lang. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir die vielleicht noch kürze, weil dann spare ich noch ein bisschen mehr Platz. Aber das sehe ich dann, wenn ich durch bin. Genau, ich habe super viel 3D gedruckt. Ich habe dieses Mal angefangen mit Open S-Cut zu modellieren. Das habe ich noch nie gemacht. Da können wir auch mal schnell reinschauen. Und ich habe einen Pfeil gerade offen. Das seht ihr nachher später nochmal. Open S-Cut ist halt ganz witzig, weil man seine Objekte programmiert. Das war in dem Fall eher neu für mich. Ich habe meistens bisher sowas wie Fusion 360 benutzt oder Inventor, wo man eher durch eine Zeichnung an seine Modelle kommt. Meistens macht man Zeichnungen in irgendeiner 2D-Ebene und extrudiert dann in die 3-Ebene. Hier ist es eben anders. Man geht von Primitiven aus, also einem Cube oder einem Quader oder einem Zylinder und kann dann eben auch durch bulsche Ausdrücke Sachen wieder ausstanzen, wie diese Ringe oder hier meine Führungsstienien sind eben auch ein ausgestanzter Zylinder. Macht sehr viel Spaß, aber wenn man dann an solche Sachen kommt, wie ich möchte hier eine Kante anfasen, das sind in Inventor zwei Klicks und in Open S-Cut muss man sich überlegen, was man macht. Ich habe das jetzt so gelöst, dass ich praktisch einen Cube hier reingesetzt habe und dann auch wieder einen Zylinder. Wenn ich es so hindre, sieht man es. Hier liegt praktisch ein Zylinder, den ich wieder ausschneide. Vielleicht gibt es da auch bessere Möglichkeiten für so Anfass-Sachen. Weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr da eine Idee. Aber ansonsten macht es sehr viel Spaß und das ist halt eins der Cut-Tools, die auf meinem Linux-Laptop, der jetzt auch schon ein paar Jährchen alt ist, einfach echt fluppt. Weil Inventor hat schon immer ordentlich Leistung gefressen und dafür, dass ich kaum Features von diesem Programm benutzt habe. Inventor kann noch so viel mehr, man kann auch ganze Simulationen fahren über Gewichtsbelastungen und sowas, das brauche ich halt alles nicht. Von daher, feine Sache. Kann ich empfehlen. Genau, das heißt, ich habe momentan massiv viele Teile gedruckt und wir können mal vielleicht einen Rundgang machen, würde ich sagen, durch den Plotter und durch den Stand und die Teile, die ich bisher entworfen habe. Also, wenn man sich den Plotter insgesamt anschaut, dann sind das zwei Linearführungen, die sind miteinander verbunden durch eine etwas wirre Konstruktion. Die Linearführungen, die haben vier Löcher im Quadrat angeordnet, durch die habe ich jetzt eine Gewindestange geführt, die Gewindebohrungen sind schon drin. Das Problem ist nur, wenn ich in der Gewindestange, hat er eine Richtung, das heißt, ich kann ihn in eine Richtung drehen. Und wenn ich aber zwei kopfüberstehende Gewindebohrungen verbinden will, dann geht das nicht mehr so einfach. Es gibt Stücke, die haben Gewinde in zwei unterschiedliche Richtungen, die sind super teuer in dem Durchmesser. Ich hätte die selber schneiden können, ich habe keine Gewindeschneider zu Hause. Und ich habe das jetzt gelöst, indem ich eine von den Muttern, die ihr da seht, praktisch festgeklebt habe am Gewinde, damit ich einen Griffpunkt habe, um die Gewindestange auch wieder in die andere Richtung zu drehen. Und so steckt die Stange jetzt praktisch zur Hälfte in beiden Gewindebogenen. Aber das ist stabil genug für den Plotter. Da hängt ja auch nicht viel Gewicht dran, nur ein Stift. Genau, an der Y-Achse, an den beiden Enden, kommen diese ganz kleinen Pancake-Motörchen dran. Für die habe ich jetzt praktisch ein Gehäuse entworfen. Da kann man dann an den vier Schrauben nochmal den Motor verschrauben. Die eine große Schraube an der Linearführung lässt sich auch verschrauben. Und dann theoretisch noch auf eine Platte, ich weiß nämlich noch nicht, wie stabil das Ding steht zum Schluss. Ich könnte mir vorstellen, dass es besser ist, das für immer auf eine kleine Platte zu verschrauben. Genau, dann kommt noch an die, wo sind wir dann? An die andere Achse. Ist eigentlich auch egal, was X und Y ist. An die andere Achse hinten muss der Zahnriemen irgendwie befestigt werden. Das ist ja XY-Core. Das heißt, der Zahnriemen läuft in so einer Kreuzform über den Achse. Achse-Draw ist es ja nicht, über meinen Achse-Draw-Nachbau. Und an einem Ende müssen die eben befestigt werden. Man möchte die vielleicht nachspannen können. Deswegen ist sowas wie Verkleben eher ungünstig. Und meine Lösung sieht jetzt so aus, dass man den Riemen eben durch so einen Schlitz durchführen kann. Der liegt schon auf der richtigen Höhe. Und man kann dann noch eine Klemme dagegen schrauben. Und man kann den ganzen Klotz, den ich in der Woche habe, eben auch noch mit der Linearführungsstange verschrauben, dass es wirklich fest sitzt. Genau. Und dann kommt eigentlich der schwierigste Teil, der Pen Lift, also der Mechanismus, der den Stift anheben lässt. Und da habe ich bisher die meisten Iterationen reingesteckt. Das ist nicht so einfach. Also einmal soll man es verschrauben können. Dann muss der Servo oben noch, der muss reinpassen. Der Servo ist dafür da, um nochmal so ein anderes Teil anzuheben, wo dann der Stift drauf montiert wird. Und ich muss mir so eine Art eigene Mini-Linearführung bauen. Deswegen gibt es nochmal die Löcher für zwei Schienen. Und in der Mitte ist noch eine Gewindestange. Da kommt nochmal eine Zahnriemenrolle drauf, weil das ist praktisch der obere Punkt von diesem Kreuz, wo der Riemen entlangläuft. Den brauche ich eben auch noch. Also eine Rolle. Und das ist jetzt praktisch die nächste Iteration. Da habe ich mir zwei Kupferstangen abgelenkt, sagt man das so, gekürzt. Genau, einfach mit so einer Trennscheibe und so einem kleinen Dremel geht das ja ganz gut. Kupfer ist eh ziemlich weich. Ich hätte lieber was anderes gehabt. Aber der lokale Baumarkt hatte nur drei Millimeter Kupferstangen. Deswegen ist jetzt Kupfer geworden. Aber ganz ehrlich, für den Abstand und das nicht vorhandene Gewicht, was dran hängt, passt das auch hervorragend. Also zwei Kupferstangen. Ende nochmal ein bisschen schön abschleifen, damit man sich da nicht wehtut. Und dann habe ich das Ganze mal zusammengebaut. Das sieht dann so aus. Genau vorne ist eben dieses Teil für den Paddenlift. Und es wackelt jetzt gerade noch alles ziemlich, weil die Stangen, ich weiß noch nicht, die muss ich dann verkleben am besten an dem Gehäuse. Und für mich fühlt sich das ziemlich stabil an. Also es sieht ziemlich wackelig aus, zugegebenermaßen auf dem Video. Aber es fühlt sich für mich stabiler an, als ich erwartet habe. Genau, und jetzt ist noch die Frage, momentan habe ich ja zwei Anfasspunkte auf den beiden Schienen, jeweils einen. Und ich könnte zum Beispiel, man sieht ja hier die Kupferschiene noch nach oben weiter rauskommen. Ich könnte hier halt noch einen dritten reinsetzen. Der wäre auch eigentlich dran. Der ist mir aber abgebrochen. Wenn man 3D druckt, und man kann ja nicht einfach irgendwo mittendrin in die Luft drucken, deswegen zieht man sich von unten so Stützstrukturen mit hoch. Und da habe ich in OpenS Card irgendwas vergeigt. Also er druckt das schon aneinander, aber nicht als eine geschlossene Form. Und ich dachte halt erst, mir fehlt ein Union, also eine Vereinigung von diesen beiden Formen. Aber ich habe das Union geschrieben. Ich weiß es nicht so genau. Wisst ihr das? Irgendwas ist komisch. Auf jeden Fall ist mir das beim Backmachen von den Stützstrukturen mit abgebrochen. Blöd. Na gut. Also das weiß ich nicht. Vielleicht macht das noch Sinn. Aber wie gesagt, fühlt sich verhältnismäßig stabil an. Genau, hier seht ihr auch mal noch zwei Iterationen von dem Stifthalter, die ich schon gemacht habe. Am Anfang habe ich halt nur so einen Ring gemacht, zum Verschrauben. Und dann ist mir später klar geworden, das ist schlecht, weil ich habe nur einen Auflagepunkt. Und wenn ich noch diese Faust oben und unten mit dran mache, dann habe ich drei Auflagepunkte. Da von vorne, das Loch, was ihr seht, da kommt auch eine Schraube oder ein Stück Gewindestange rein. Und die drückt von der einen Seite dagegen. Und der Stift liegt auch in diesen Faust drin. Und dann habe ich einfach mehr Auflagepunkte. Das macht den Stift deutlich stabiler. Und damit man die Gewindestange überhaupt reindrehen kann, gibt es diesen Schlitz hinter dem Loch. Da kann man nämlich einfach eine Mutter drin versenken. Und dann ist auch ein Gewinde da. Weil so ein Mini-Gewinde-3D-Drucken ist vor allem nicht mit meinem Drucker. Und genau, hier sind auch noch mal ein paar Iterationen. Von der anderen Seite, von diesem Pen-Lift-Mechanismus. Und ganz links, das kommt raus, wenn man das nachts um zwei macht und vergisst, dass man diese Umlenkrolle mit einplanen sollte. Und dann macht man halt am nächsten Tag alles noch mal. Genau. Aber das ist der aktuelle Stand. Ich wollte das unbedingt noch vor dem Wochenende fertig kriegen, damit ich den mit zur Gulaschprogrammiernacht nehmen kann. Ich befürchte, ich kriege es nicht mehr gebacken. Aber es wäre sehr, sehr cool. Vielleicht schaffe ich es noch. Aber ich wollte eigentlich auch noch so eine Musikvisualisierung programmieren, weil da liegen immer nachts Leute auf. Und da darf man sich auch mal an den Deko-Beamer praktisch anschließen. Da wollte ich auch noch was für bauen. Und mir läuft gerade echt die Zeit weg. Ja, aber so ist das. Eine kleine Sache habe ich noch. Ich habe von einem Bekannten, der ist Architekt, einen Scriber zum Ausprobieren gekriegt. Ein historisches Stück Elektronik. Das ist auch ein Stiftblatter, der aber nur zum Beschriften da ist. Weil eigentlich beschrifte man mit sogenannten Normschablonen. Architekturpläne, oder hat man gemacht, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Wo eben, naja, das ist halt eine Schriftschablone. Und irgendwann gab es einfach Geräte, die das eben automatisch konnten. Und ich habe hier einen von Riefler, der heißt Prima 5000, glaube ich, und der ist ultra witzig. Und Schreiben macht damit viel Spaß. Ich muss erst ein bisschen herausfinden, wie man manche Funktionen bedient, weil sehr intuitiv ist er tatsächlich nicht. Aber er kann es um die vielen groß, kleinen Symbole geht. Er kann auch noch, ich glaube, sieben unterschiedliche Schriftarten, also auch mal welche mit so nur einer Außenlinie. Man kann die Schriftgröße einstellen, Schriftbreite, Neigung und solche Sachen. Und man kann auch Schriften in Boxen packen. Oder in Kreise. Sehr nett. Macht sehr viel Spaß, damit rumzuspielen. Einziges Problem, das ich hatte, der Adapter, wo eigentlich die Rapidographen reingehören, der hat einen Riss. Deswegen habe ich es jetzt in die andere Halterung halbwegs reingesteckt, wo er auch so ein bisschen reinpasst. Aber halt eigentlich nicht reingehört. Deswegen wackelt der Stift manchmal ein bisschen arg. Aber ansonsten, tolles Ding. Also ich muss den ja vermutlich wieder zurückgeben. aber das ist super witziges historisches Stück. Stiftplotter, würde ich sagen. Ja, das war es mal wieder von mir. Vielleicht habt ihr noch Ideen zu meiner schicken 3D-Konstruktion von meinem Miniplotter. Vielleicht könnt ihr manche von euch den auch am Wochenende schon angucken, wenn er läuft. Ich hoffe es mal. Und ja, ansonsten sehen wir es in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao, ciao.